hallo mal wieder willkommen zum food diary morgens gab es lecker zum frühstück zwei große milchkaffee und horst sie klingelt und eine portion leckere trauben zum mittagessen gab es dann hähnchen geschnetzeltes mit gemüse möchtest du denn gleich ein stück karki mal probieren warum nicht was ist denn daran schon wieder scheißzeug was ist denn daran ekelig guck mal wie du glänzt guck dir das nur an glänzt ich mach mir die jetzt während simone ihre süßigkeiten testet es papier riecht aber leicht nach fisch fpapier geht immer wo sehe ich fertig aus war auch heute ein furchtbarer arbeitstag das sieht ja mal wieder so gut aus die spitze der zippel die allgäu notwand rosakenzipfel wo gehst du jetzt hin nach berlin ja sind sehen die nicht gut aus das champagner kraut nein nur das weinsauerkraut eine halbe minute später ist alles aufgefressen und verschlungen eingeatmet köstlichste rostbratwürstchen kross gebraten aus nürnberg seidiges kartoffelpüree ein wunderbares kraut